So, Madback. So, kein Freier. Da sind wir wieder zusammen im nächsten Level. Wir sind mit dem Auto jetzt quasi hier rumgefahren. Äh, diese Lüge mag ich nicht. Und lieber zwei von denen. So, wir sind jetzt mit dem Auto hier. Da vorne ist eine große Zugbrücke. Und wir müssen erst natürlich für die Leute was machen, damit sie uns helfen. Oh Gott, ey. Muss gleich Goldwut an Teamschaden halten. Oh, hier sind noch einige. Gibt's hier neue Gegner? Der Char hat da was gesagt von wegen der Hate irgendwas. Was gab's noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Würde mich aber nicht mehr nehmen. Wir mussten jetzt den Generator anschalten, oder was war das? Müssen wir jetzt. Oh. Oh, ich will was Großes. Ich glaub, wir müssen hier runter. Oh, Charter. Ab dann? Ja. Ist aber noch irgendwas Großes. Irgendwas pfeift hier. Reloading. In Grunst. Reloading. 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 Gero ist eigentlich für ein großes Großes für das 2015er Jahr geplant an Let's Plays. Ah, eigentlich DSA 3. Das wollte ich eigentlich schon um Weihnachten machen, aber dann kam... Schattenüberriebe. Ja. Ja. Da warten einige schon ziemlich lange drauf. Oh, Boomerang war's. Boomerang? Er ist tot. Ne, der, die spucken. Ach so. Ne, die ist mit dem los. Okay. Oh, da kommt ein Hunter. Ah, das sind die, die mich voll kotzen. Und da hätte ich dann, äh... Gut, dann langen wir alle daneben. Hilfe! Erschattenüberüber, bin ich ja mal sehr gespannt. Wieder mit der alten Gruppe? Jojo, wird alles übernommen aus dem zweiten Teil. Ja, ganz schön. Ja, freut mich. Auch Schügel spricht Blasenheim. Hahaha. Auch wenn das Tierhöfler aber ist. Ja, Schrottland dann. Joa. Hat einer da hinten mal reingeguckt? Der hat was großes. Oh, denk. Oh, wie der hier auch nicht will. Okay. Oh, was für Mist. So, ich glaub da hinten gehen wir weiter. Oh, gut 24 runter. Pssst. Ja. Oh, aber hier. Ich hab wieder Spielzeug. Mhm. Wo geht's lang? Gute Frage. Äh, hoch meinte er. Also wahrscheinlich hier. Ja, dann gehen wir mal hoch. Was? Ich hab nichts gehört. Ja, verflucht. Rohrbomben. Rohrbomben. Pipebomb, baby. Make sure you use this now. Oh, Rohrbomben und Granatlauncher. Ach, 2015 fängt gut an. Oh, ne Bar. Alter, ist Säure. Ich sollte vielleicht vorgehen. Wenn man einen Granatenwerfer... Jaaaa. Wusch. Da hinten ist was grünes. Schieß da mal hin. Ja, das kann ich einfach damit zu zielen. Ja, das kann ich einfach damit zu zielen. So. Pass auf, die Autos auch wegen der Malarmalage. Oh, von hinten oben. Kommt was rum. Charter. Okay. Au. Gut, ich glaub wir müssen hier weiter durch, oder? Denk ich. Da oben kreucht auch noch was rum. War's noch ruhig? Tighter. Hinten kommt was. Hey, ich reloading. Spann, wenn du echt bist in eine ganze Menge kommst. Du bist totaler. Ja, ja. Ich hab immer noch mal einen Tode gebraucht. Ok, ich mein Gero. Weil das sehr freizügig mit den Baller zurückgeht. zacka tacka 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 gut weiter gehts der hatte gerade irgendeine warnung gemacht watch out some cards set of alarm genauso ok muss ja unbedingt auf dem auto springen ja halt kann doch das trackding musste doch erhöhte position ausnutzen mhm äh hunter? da wir sind schon naja kann doch nicht gut oh was im wetter mhm ich hab keine Tiere draus rüber haha toll ganz viel ganz viel da sind wir das viele gehen wir das rüber mhm hinter dir ist der weg spucker ist die zweite pistole was wo? zweite pistole wo? da endlich endlich gut da oben ist was woher weißt du? äh da hat grad was durch die Decke durchgedinst ah oh Mist aua danke so warte mal hier ist noch ein Raum direkt neben uns ja aber hier ist nix erst mal ist hier vielleicht was? ne ist gar nichts ich muss eh zu no rum aber man muss ja mal in die Badezimmer gucken vielleicht findet man da ja irgendwie was zum heilen das wäre gerade für gyro gerade ziemlich sinnvoll denn er rumpft jetzt nicht hinterher warte mal ich heilen kurz was ist da genau anders also man macht mehr Schaden man kriegt mehr Schaden oder ist da noch mehr bei? ich habe keine Ahnung oh ich sehe hier gerade gar nix ich muss hier wieder raus irgendwie kleine Abschleckkammer wenn man zu dritt in der Abschleckkammer sitzt dann sieht man auch nicht so viel denk ich ne vor allem wird's warm vorsicht warte mal da kommt gleich was bin bereit okay okay dann lass mal rüber ja und Wu gibt Rückendeckung und Granatwerf ist okay geh du mal vor passt auf am Wenden immer ne dass die in der Truhe kleineren oh walf der ist spät noch ich habe hier irgendwo hingeschossen mit dem Granatwerf reicht das für mich aus mh lass recht lang erstmal zusammen bleiben Sil okay gerade ausgubaut etwas oh Gott Peter ausgubaut was das ne Witch da war ne Witch oh mein nicht in uns reinhalten oh mein das ist viel ich sollte vielleicht mal die Waffe wegziehen oh da sehe ich das jetzt ach komm Hagen das ist verdammt das war keine Granate oh je hat man hier mal einen Pipebombs oder so? ich ja ich 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 kann gar nicht zielen so das war lustig ich mach mal ich 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 ja sie sie oh spielzeug meins nein ich habe noch normal zählen ich könnte mal die zunggerehr ranh kantana hier oder ne achs Oh, ich glaub ich ihn wollte haben nochmal. Oh, Hunter! Geht rein! So, hier wollen wir. Ja, das ist ein Molotow-Cocktail. Oh, welches Zelt? Hier, bei mir. Da. Ach, super. Wie solltet ihr da kurz online? Äh, das ist weit genug weg, du gezählt. Okay, lass uns weiter. Ist das da hinten? Medipack? Oh, Armee-Soldaten. Nein, keine Ahnung. Der hält aber viel aus. Hab ich erst mal aufhör gedacht. Nicht aus Autospringen. Nach dem Bus. Hey! Ach, du rennst vor mich, wenn ich mich hinten schließe? Ah, okay. Genau, weil ich ganz links an der Hauswand entlang bin oder was. So, okay. Hier, schau mal schon das erste Safe aus. Sehr gut. So, dann macht mal die Tür zu. Oh, hell yeah! Ha! 87, siehste? War gar nicht so schlimm. Ja, jetzt Team Schaden. Das werden wir nie erfahren. Es kommt jetzt ganz am Schluss und das werden wir heute nicht mehr sehen. Oh. Alles geplant, bestimmt. Null Schaden. Die hab ich dann mal gesehen. Oh, ich hab gar nicht so geschreien, ne? Ich hab sie ganz lange gesehen, dass ich drei Granaten drauffeuern konnte. Na dann. Nehmen wir mal die hier. Okay, wir müssen hurry, Mann. Ich vermisse das Auto. Oh, dang. Was auch ein paar an die Soldaten. Ich hab jetzt einen Pumpgun. Das soll da jetzt noch schief gehen. Pumpgun macht mehr Schaden, schießt aber nicht so schnell. Äh, Mufeuer. Au, das geht aber ganz schöne Kreise. Reloading! I'mma reload! Ich war gar kein... was? Das ist ja komisch. Du hast doch eins. Ja, ja, aber normalerweise wollte doch für jeden eins hier drin sein am Start. Ja, ich musste eins nutzen. Ich hätte noch noch 23 auf Pfiff. Reloading! Ich hab' die vier Nerven. Ich hab' die vier Nerven. Äh, Kotz. Boomer, Zeug. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Kadana. Oh, du standst ja auch daneben. Ja, ich wurde da richtig getragen. Mit der Masse quasi. So, hier ist ein First-Aid-Pack hier. Ich hab' 55, ich hab' 56, aber wurscht. Hier rechts eins auch rum. Nimm, du's einfach. Fertig. Rechte deine Frisur. Alles gut. Gemacht. Jo, ich hab' mal ne. Rechts. Obwohl, müssen wir hier nicht erstmal in die Häuser? War da nicht irgendwas? Das letzte von der Story, was ich mitbekommen hab', war irgendwas mit einem Generator. Jo, wir müssen auf die andere Seite der Brücke. Aber wir müssen hier ganz kurz mal in dieses Haus, oder? Wollen wir das... Ah, dumm. Jetzt ist Silver Lake hier erstmal weggelaufen. Wave. Kommt nur her. Spiller kommt auch. Zischelwee. Ah, Smoker ist auch noch draußen. Vorsicht. Wer das ganz gleich rauszieht. Der ist auch tot. Echt? Hab' ich nicht gesehen. Doch, mit dem Baseball-Kennar. Genau damit ich nachlade, ey. Die kleine. So, wir haben da hinten aber ein Haus übersehen. Hm, komm mal mit. Vorsicht hier rechts. So, kommt mal mit. Hier. Wo es hier steht. Oh, Laser-Painter. Das ist gut. Das weiß. Yeah. Schrotflinte mit Laser-Painter. Damit kann man was über die A740 benutzen. Das hat ich mir schon immer gewinnt. Kommt rein. Ich bin ja mal gespannt, ob ich jetzt wirklich was treffe. So, ich glaube, das war's. Ey. Das schiebt ja auch ganz nett. Bitte. Charger. Ist hier noch was für Ecke? Oh. Dead end. Genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, entweder nach links oder nach rechts hier in den Club D. Ich glaube, erst nach links und dann nach rechts. Genau. In die Club, die kommen wir noch nicht. Dann müssen wir nach rechts. Ich dachte, wir müssten da links in den Park reinlassen. Da liegt ein Sniper rum. Hier hinten ist noch eine Pipebomb, wer will. Ich hab' noch. Wir haben alle noch. Okay. Okay. Aber ich nehme jetzt auch mal eine Kalaschnikow. So. Gut. Dann können wir wieder raus. Ja. Jetzt müssen wir genau hier hinten raus. So war das. Hey, let's shut em down. So. Und wie ging's jetzt weiter? Da sieht's nicht so gut aus. Ach, da hieß runter. Da ist hier irgendwo? Ja. So wie der Kellerbauer. Ohhhh. Ohhhh. gut, wir sind glatt. Eine Flüsterkneipe. Eine was? Eine Flüsterkneipe. Was Evet. Das sind amerikanische Kneipen, die damals Alkohol ausgeschenkt haben während der Prohibition. Oh, ein Tank bei mir. Ach du Scheiße. Es ist ja gut, dass ich das AK-47 ausgeschenke. Na toll. Hier sieht alles nicht so gut aus. Ich gehe und suche meinen Hund. Falls ich in 15 Minuten nicht zurück bin, lässt jeder alles fallen und geht mich suchen. Nicole. Oh, jetzt gibt es eine Magnum. Eine Magnum, okay. So sieht er seit Irelhaar. Hast du gerade eine Nachricht zugeschoben bekommen? Nee, der stand da an der Wand. Also, dass er deine Freundin hat, die gerade was zugeschoben. Nein, der heißt nicht Nicole. So, okay, gehen wir mal in den dritten Stock. U11 kommt. Ich sollte mich vorher heilen. Halt mal die Fenster. Nicht Pipebombe. Heilen bitte. Das würde ich nicht gehen können. Oh, all better now. Okay. Ja, ich läuft ein bisschen raus. Hauptstrauber. Jo. Charger? Natürlich. Halt immer auf mich, ey. So, dann gehen wir mal da rüber. So. Mal runter. Erstmal oben schon. Adrenalinsschot hier. Liebste, das Spielzeug ist lustig. So, ist hier oben noch was? Nee, wa? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen gerade, wir müssen nur die Treppe, die du gerade im Bolt gesteckt hast. Ich war das nicht. Ich habe, ich habe Dekki nur die Mitte dazu gegeben. Würde ich doch nie tun, sowas. Na, wir können hier jetzt auch nicht tun. Aber diese rennenden Dinger. Okay. Okay. Gut. Wir haben uns ein wenig verlaufen. Äh, nee. Jazz Club. Da müssen wir rein. Oder sie müssen in die Nähe. Genau. Hier rein. Da dreht man sich einmal kurz um und schon sitzen drei Knöpfen und knabbern an dir. Schotter? Oh, nee, das ist ein Tank. Ah, nee, dann. Nein, das ist ein Schotter. Viel. Oh, Feuer. Achtung, sorry. Oh. Suboptimal in dem Fall. Ja. Alles gut. Mir geht's gut. Wunderbar. Hey, er hat auch noch ein bisschen schießen. Geht doch zu Süß. Ah, Spocker. Hilfe. Reloading. Reloading. Got it. Lego. You got the lantern sheltered. Hmm. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ah, Black, sollen wir dich heilen? Du hast eine komische rote Meldung bei dir drauf. Oh, oh. Oh, jetzt wird es aber eng hier. Ich war es nicht. Ich war es. Aber da hinten kam ein Zudek. Charger. Oh, wir sind schon. Gut, oh. Silber bleibt mal stehen. So, die Planken da entlang. Oh, da ist unser Schitter. Da ist der Scheiße. Oh, verdammt. Komm nicht ran. Na, geh schon weg. Wo ist das, Mistvieh? Tod. Kaum keine Meldung. Da hinten ist dieser... Oh, der ist weggelaufen. Oh, hier rechts ist wieder was zum Schmeiß. Ah, da ist es auch. Pillen. Ganz viele. Lecker Pillen. Oh, was? Voll die Molly. Ich bin dafür, dass weder Mu noch ich den nehmen. Ach. Ich komme damit wunderbar klar. Mhm. Äh, wo ist der Rest? Da ist der Rest. So, jetzt kommen wir in den schlimmsten Part, den es in diesem Spiel gibt. Aber vorher müsste er noch mal auf den Funker kommen. Komme. Zuhilfe. 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 Hey, let's stop shooting each other, please. Reloading. Zuhilfe. Oh, ok. Zuhilfe. Hinter dir. Vor dir. Neben dir. Oh. Schaut das aus, wenn wir eine Runde Landarmarmung? Ja. Komm mal her. Äh, geht gar nicht. Georg hat mich runtergefallen. Genau, ich bin gefallen. Sucht euch eine Wand. Sucht euch eine Wand. Ganz schön dufst da hin. Ja und voll. Richtig voll. Okay. Hier oben ist irgendwo ein Bunker. Wir müssen da nur hinfinden. So, wie freust du, dass meine Laserpräute abwandern verliert? Wenn du die Waffe wechselst. Nee, geht's nicht lang. Okay. Irgendwo ist da oben noch ein Spitter. Habe ich gerade nicht. Da kamen die Reflexe durch. Die geht's nicht hoch. Okay. Wie jetzt sonst? Huch, was war das? Ich sehe gerade auch keinen Weg. Hier muss doch irgendwo eine Laterne sein. Äh, eine Lampe dahin. Ach nee, die ist so hier. Au. Kommen sie denn jetzt also her? Oh. Ich hab irgendwas auf mich raus. Was piept da? Spielzeichen. So, hier hoch, genau. So, ich hab den Molly. Das ist gut. Fühlt sich zum Bisschen. So, wo war hier der Shelter? Der war hier irgendwo. Oh, das ist ein Medpack. Uh, Maschinengewehr. Da kam gerade eine Save-Rom-Nachricht. Keep moving, Stuttier. Ach ja, das war ja das Problem. Okay. So, wir haben jetzt ein Problem. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, gibt es sehr viele Geräusche. Das heißt, wir brauchen alles, was Molly ist. Okay, Moment. Was Molly ist, was Leute ablenkt und so weiter. Das schmeißen wir dann in einer Runde weg. Bereit? Und wo kommen die? Von hier unten? Blacky, du solltest dich vielleicht nochmal kurz heilen. Ich hab doch noch 57 oder sowas. Oh, das macht was macht was. So, okay. Dann drücke ich jetzt gleich mal aufs Knöpfchen. Jo, dann kommen wir wieder hoch hier. So, hier ist die Leiter. Dann kommen wir jetzt alle her. Dann drücke ich gleich aufs Knöpfchen. Und wir müssen dann nämlich unten entlang. Irgendwann Plötzchen kam da. Seid ihr bereit? Jo. Warte. So, hier oben ist eine... Gleiter. So, haben wir alle hier oben? Geht eine? Nee, Bladinoche. Geht die wieder nicht. Jetzt kommen wir mal hoch. Ja, ich komme nicht hoch. Ich glaube, hier die ganzen Leute sind. Ja, das werden auch nicht weniger. Lauf einfach. Lauf. Hopp. Jetzt kommen wir nicht einfach mal hin. Hopp. Bist du oben? Ja. Weiter geht. Lauf, lauf, lauf. Hat jemand noch irgendwas zum Schmeißen gleich? Ja, ein Molotov. So, weiter geht's. Ja, Charger. Down. Kann ich mal mit Ero gut helfen? goaus. Was ist bei dir? Jo. Girls, go ahead. Ja, entrar. Nur lad nachz shaded. Der muss noch sterben. Oh Gott. Was denn? Ich seh mal ein Rolltor. Oh Gott. Der will nach vorne. Das sind ungefähr 100. Schön. Oh. Oh Gott. Der legt Zeug um den Bodenmenge. Ja. Erstmal hoch hier. Oh klar. Was bitte? Oh. Komm nicht hoch. Der Speedersackler. Ihr müsst hochkommen. Blechfeld am Boden. Okay, hab dich. Okay. Jetzt müssen wir mal hoch. Schön. Das ist jetzt eure. Wir benutzen die Kids doch. Okay. Auch da. Wir sind ja gleich im Raum. Oh. Okay. Okay. Da ist der Sicherheitsraum. Alles klar. Dann mal rein. Alle da? Uh. Das war mal knapp. Okay, liebe Leute. Das war's erstmal. Zum Silvester-Special für den 1. Januar 2015. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Left Footer 2 mit dem lieben Gerugon Silverlink und dem lieben Blackfade. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Töten. Töten. Töten ist immer gut. Töten ist immer gut. Töten ist immer gut. Natürlich nicht auf Real Life. Nee. Gut. Dann sehen wir uns demnächst wieder bei einem anderen Video. Oder schaut einfach mal auf den Kanal von Gerugon YouTube. Slash Gerugon. Gut. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.